Guten Morgen! Ich habe mich tatsächlich dazu entschlossen, den Tag hier heute noch zu verbringen, um ein bisschen am Auto zu basteln. Es gibt ein paar Sachen zu machen, die haben sich so in den letzten Wochen auf den Schotter und Eispisten locker geruckelt. Also heute ist Autotag. Ich werde ein bisschen am Auto reparieren, das Auto waschen. Und dann bleibe ich vielleicht sogar die Nacht noch hier und fahre dann morgen nach Solsträmen. Gut, also waschen kann ich meinen Wagen leider nicht. Das habe ich mir schon gedacht, weil hier natürlich alles eingefroren ist. Was soll's, fahren wir halt schmutzig weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Boahen Losquen Peinemisch. So, alles blitzt und glänzt wieder und nichts klappert mehr. Ich werde jetzt schnell noch ein paar Ostereier hier für mich verstecken, damit ich morgen auch ein bisschen was zu suchen habe und wünsche euch einen schönen Tag. Bis morgen! Musik 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 Musik